Okay, let's go! Mal schauen, 150 schon drauf. 180, 200. 9,0. 9,0 Sekunden von 100 auf 200. Für eine Luxuslimousine, die 2,4 Tonnen wiegt, mit mir fast 2,5. Alter, ich sag mal so, souveräne Motorisierung. Dieser W12, wirklich vorzüglich, wie dieses Aggregat meinen Hintern auf 200 hochgeschoben hat. Er ist wirklich herzallerliebst. Entzückend, wirklich. Formidabel sozusagen. Mir wird ganz blumerant vor lauter Beschleunigung.